Wir haben viele Löcher. Hä? Wo kommt die Blunderbombe her? Keine Ahnung. Ich kann es so nicht sagen. Da ist einer! Bei uns um. Da? Nee! Was macht er denn? Du musst dich beeilen. Jawohl. Wir sind nicht grün, ne? Nein! Komm her, komm her. Aber Drop Track dir geht. Drop Track dir geht. Jawohl! Eskalation! Los! Fahren! 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich drehe so, dass wir... Ich eimer. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Doch, das war gut. Jetzt mit... Oh nein! Chainshot! Wir haben Chainshot getroffen. Warte, ich halte das Ding. Meine Freunde, heute sind wir in einem Spiel, das ich unendlich liebe. Es ist wirklich, wenn man mich fragen würde, Mario, was ist dein Lieblingsspiel of all time? Würde ich dieses Spiel im Kopf haben. Ohne Scheiß, keine Übertreibung. Wir sind in Sea of Thieves und ein so schönes Spiel, was mit nichts zu vergleichen ist. Und mit dabei ist heute Sommer. Grüß dich, Servus. Und wir werden uns heute um den PvP-Modus in Sea of Thieves kümmern. Wir werden eine Runde Arena spielen. In the Arena ist ein kleiner Modus. Das Spiel muss man auch ehrlich so bestehen. Jetzt werden wir wahrscheinlich... Ja, drei Boote wird es geben. Aber egal. Wir machen richtig Action. Und versenken alle anderen Schiffe. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Weil wir haben, das muss ich dazu sagen, sehr lange kein Sea of Thieves mehr gespielt. Aber wir sind richtig hyped. Und deswegen werden wir vielleicht nicht so gut sein wie sonst. Aber es kann sehr actionreich und sehr spaßig werden. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich habe richtig Bock, mehr Sea of Thieves Content zu bringen in der Zukunft. Von daher gucken wir mal, was abgeht. Würde ich fühlen. Auf jeden Fall. Alles klar. Also hast du noch viel Luft? Ne, jetzt habe ich viel gesagt. Jetzt geht es dir gleich jetzt noch los. Wie lange wir nicht gespielt haben. Aber es funktioniert sehr. Hast du rum? Ich habe unten. Ich kann nicht nehmen. Hä? Was ist los? Aber ich war gar nicht verpackt. Ich war gar nicht verpackt. Ich war gar nicht verpackt. Also es läuft. Okay, dann will ich Säbel mitnehmen. Ich glaube, ich will Säbel mitnehmen. Ich will schon komplett Sniper, Piste mitnehmen. Und du auch. Bist noch kein Casual Gamer. Ja, okay. Okay, okay. Du hast mich überzeugt. So, Leute. Das Ziel des Spiels ist zu schießen. Links zu schießen. Ich schieße selber links. Und dann gleich erzähle ich euch das Ziel. Aber es ist sehr actionreich. Das kann ich euch machen. Das macht sehr viel Spaß. Okay. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut. Ich habe es nicht verlernsamer. Ich bin noch Boss. Das Ziel ist es am meisten, Punkte zu haben. Den Punktestand seht ihr oben rechts. Und Chainshot. Punkte bekommt man. Ja, Chainshot kommt. Oh Junge, das macht richtig Spaß. Aber ich fühle es richtig doll, Mann. Du musst reschen. Und das war daneben. Ich habe noch einen. Das ist Spaß. Es war gar nichts. Es war gar nichts. Rechts schießen. Rechts schießen. Es geht weiter. Action, action, action. Action, action, action. Es ist wirklich hektisch, ne? Ohne Scheiß. Also das läuft nicht so schlecht, was meine Kanonenschüsse hier sagen. Naja, du hast erst drei Schüsse gebrochen. Ja, aber es fühlt sich. Doch, guck an. Das ist okay. Das ist okay. Also Punkte bekommt man, indem man andere Schiffe angreift. Ihr seht ihr schon, wir haben 200 Punkte. Die sind die Sonne. Und ja, man kriegt auch noch Punkte für eine Kiste. Da hinten ist eine Kiste, wo es im Himmel scheint. Die kann man ausbuddeln. Boah, gerade alle Schiffe hinführen. Die kann man ausbuddeln und da abgeben. Dann kriegt man 1000 Punkte. Das heißt, das gibt auch viele Punkte. So, jetzt macht Schwert hier gerade Punkte. Das wollen wir nicht. Die müssen wir direkt versenken. Wenn man versenkt wird. Ich will sagen, wir gehen auf die Kiste. Wenn man versenkt wird, verliert man 1000 Punkte. Das war neu. Wir gehen auf die Kiste. Ja, perfekt. Grün. Grün. Jawoll. 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 Du kannst nicht rausschießen links jetzt. Zur Kiste? Zur Kiste. Ja, zur Kiste. Für die, die es nicht kennen. Das ist ein cooles Feature hier. Huiiii. Oh mein Gott. Man muss jetzt immer Eimern, weil man keine Eimer-Taktik machen kann. Scheiße. Haben wir viele Löcher? Ja, wir haben zwei. Das geht schon. Ich komme zum Schrand. Oh nein. Die Ausbuddelungstaktik. Ich muss so langsam bruddeln. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Oh mein Gott. Du musst kommen. Du musst dich beeilen. Jawoll. Warte. 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 Wir sind nicht grün, ne? Nein. Komm her, komm her. Aber Drop-Taktik geht. Drop-Taktik geht. Hier. Hier. Jawoll. Eskalation. Los. Fahren. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich drehe so, dass wir... Ich eimer. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Doch, das war gut. Oh nein. Chainshot. Wir haben Chainshot getroffen. Warte. Warte kurz. Ich sag, wann Holz bracken jetzt. Balken rein. Holz. Ich mach Holz. Sag, wenn ich wieder fahren darf. Los fahren. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr. Fahr, fahr. Ein Mann, ein Mann, ein Mann. Wollen wir nicht untergehen? Na ja, alles gut. Wir haben noch. Jetzt fahren wir zur Abgabe. Wie aufgeregt du bist. Ja, ne? Es ist aber auch wichtig. Wir haben so lange nicht gezogen. Es ist so viel passiert schon wieder. Okay. Übernimmst du das Steuer? Ich bring die Kiste schon mal nach. Übernimm das Steuer sobald du kannst. Wir sind ungefähr... Ich übernimm das Steuer sobald ich kann. Ich glaube, wir double dann einfach so zwischen... Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns im Video noch verstehen, weil wir so schnell reden. Okay, okay. Aber lief doch. Okay, aber erstmal fahren wir Richtung Abgabe. Ja. Okay, bist du oben? Ja, ich bin oben. Das ist gut. Links raussprungen gleich. Ja, dann musst du es schaffen. Ja, ich glaube, die High hat gerade das Schwert versenkt. Ich glaube auch. Aber egal. Wir haben 3400 Punkte. Es sei denn, hier kämpft jemand. Oh mein Gott, ich hoffe nicht. Nein, nein. All in. All in. Bam. Let's go. Was denn? Achso. Nein, alles gut. Wir haben viele Löcher. Hä? Wo kommt die Blunderbombe her? Was? Da ist einer. Bei uns um. Ne. Was macht er denn? Da waren welche oben. Da ist einer im Wasser. Was? Ich habe keine Kanonenschüsse gehört. Ich weiß. Der war einfach nur im Wasser. Hä? Der hat sich nicht her geschossen zu uns. Der schwimmt auch noch. Was? Hä? Was? Ich schieße mich raus. Wenn du hier bist, musst du das Schiff fahren. Okay, komm her. Du musst unbedingt schnell kommen. Ja, 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 ja. Ich bin da. Ah, okay, okay, okay. Ne, ich schieße mich jetzt raus. Deswegen. Oh mein Gott. Ich möchte die Kiste gar nicht ausgraben. Das ist so ein Fein. Ja, du musst das jetzt. Das ist so ein Fein. Mit so ein bisschen Abstand vom Spiel. Also ihr müsst euch vorstellen, es gab mal eine Methode, Kisten schneller auszugraben unter anderem auch schneller zu Eimer, damit das Wasser nicht zu voll läuft. Ja, und die möchte ich jetzt auch komplett benutzen. Ich bin komplett mit der linken Hand auf der das, der Mom das macht. Hm, ich weiß, ich weiß. Aber mit so ein bisschen Abstand ist das ein bisschen besser. Also auf jeden Fall für mich. Es war scheiße, aber weil man so lange das nicht mehr gewohnt ist, ist das okay gewesen, finde ich. Wollen wir umdrehen? Ne, ich möchte die Drop Tucki durchziehen. Nein. Okay, so. Das ist durchgezogen genug, würde ich sagen, oder? Achtung, ich schieße die ab. Übernimmungssteuer. Okay, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Ein bisschen rechts. Oh nein, das war von mir zu doll eingelenkt. Das war mein Fehler. Ja, ich kann nichts machen. Aber, aber, aber. Du kannst schießen. Die können nicht treffen. Feuer, 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 Feuer. Ich gehe da rüber. Ja, ja, ja. Nein, die schießen jetzt. Ziemlich sind. Spann die zu zweit da oben drauf. Die, die haben komplett beide abgecampt. Das heißt, da ist niemand auf der Abgabe. Nein, nein, sie waren zu zweit oben. Okay, du musst wieder da sein. Ich bin da. Wir werden ein kleines Problem haben sonst. Oh mein Gott. Oder auch ein größeres. Ich werde drauf. Okay, ist die Kiste überhaupt oben? Ich weiß es nicht. Nein, das macht mir nicht. Wir machen das nicht. Wir müssen reparieren. Die Kiste ist aber oben. Die Kiste ist aber oben. Okay. Es geht aber. Na egal, jetzt ist keiner oben. Ginge. Ich bin bei den. Ich bin bei den. Oh nein. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, wir sind komplett an. Das ist nicht gut. Okay, du musst kurz schillen. Ich treffe gar nichts. Okay, okay. Ich treffe wirklich gar nichts. Oh mein Gott. Ist das so wild? Ich habe ihn. Gut. Aber hier war noch mehr. Gefühlt ist hier noch jemand von einem Team hier. Ich glaube vom Schiff kam, glaube ich, ein Schuss. Ich muss den Anker kurz machen. Ja. Ich gucke kurz am Abgabe, wer ist. Der kommt zurück. Ich brauche unbedingt eine Hilfe. Komm zurück. Wir gehen die Kiste nicht ab. Wir gehen auf Versenkung. Okay, dann komm. Du musst einmal. Nicht fahren. Du fährst einfach los. Okay. Ich habe, genau das meinte ich. Okay, okay. Wir waren halt geankert und ich habe den Anker weg. Ach so. Ah ja. Dann habe ich nicht so schnell geblickt. Ich kann jetzt komplett auf dich drauf schießen. Oder hier für uns. Ich schieße einfach von hier. Ich schieße von hier. Scheiß drauf. Abfahrt. Bamm. Ja, ich muss fahren. Ich schieße vor mir. Ich schieße mich zu denen hin. Nein, ich bin nicht am Schiff. Wir gehen unter. Oh, wie viele Löcher haben wir? Schon viele. Also wenn du nicht den Mermaid nimmst, dann gehen wir unter. Ich hole den Mermaid sobald ich kann. Ich habe keine neue. Was ist das? Ja, wir sind untergegangen. Mist. Okay. Scheiße. Egal. Schnell neues Schiff rum. Noch ist das nicht verloren. Okay, ich bin tot. Egal. Ich kriege gleich neue Schiffe. Ach nein. Das ist mir noch nie passiert. Also noch nie so hart. Das ist das verlassen. Okay, abfahrt. Schnell, 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 schnell. Die Kiste ist jetzt im Wasser, da wo unser Schiff untergegangen ist. Da müssen wir jetzt alle hin. Lass mal kurz gucken. Ne. Blau ist bei Rot. Hinten. Ja. Okay. Wollen wir uns die Kiste lieber, oder? Weil mit... Oder? Ich weiß es nicht. Die Kiste ist da links, gell? Sind die mit dem Ruderboot hingefahren? Schon? Nein, nein. Die sind da sogar, die anderen, ja. Ja, sie fahren mit zum Außenposten. Okay, die fahren an uns vorbei, wahrscheinlich und geben einfach ab, oder was passiert hier? Nein. Nein, 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 nein. Wir drehen uns. Okay. Die werden niemals abgeben können, wenn du gut schießt. Okay, ich schieße gut. Wir haben auch vor allem neue Chain Shots. Die werde ich jetzt... Oh! Da war einer drin schon. Was? Du solltest die Changers jetzt treffen. Ja, es trifft doch. Jawohl, einer hat getroffen. Okay, gut. Ich geh rüber. Also zum Schiff. Oh mein Gott. Okay. Ich muss irgendwie wegfahren hier, sonst sind wir gleich richtig rüber. Oder ich crash in die Reihen. Okay, fuck. Dann hätte ich bei dir Blemse. Ja, gut. Versuch die zu ankern. Äh, ja, ne. Ich muss ein, Mann. Oh Gott, wenn hier einer drauf ist, dann haben wir keines für den. Okay. Ich kann jetzt nichts machen außer reparieren. Okay. Damit man die Erfahrung fehlt gerade. Ich hab die geankert. Gut, 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 gut. Haben die Löcher? Die roten sind... Ja, ja, gut. Die blauen sind gesunken. Das ist richtig gut für uns. Die haben Löcher. Die haben auf jeden Fall Löcher. Ja, okay. Wir müssen die jetzt irgendwie noch untergehen lassen. Dann haben wir die Kiste. Und dann haben wir den Renfier-Leuchten. Ich mach schnell uns heiler. Ich weiß nicht, wie weit wir wegfahren gerade. Das wäre richtig scheiße. Ich geh'n unter. Ja, ich bring's zum Untergehen. Du Guter. Okay, ich fahr jetzt gleich zu dir. Nein, die Kiste ist beim Abgebaut. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, eine ist damit weggeschwumpt. Scheiße. Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, okay. Aber nicht so schlimm. Dann fahren wir zu den Spawn von Grün. Oder fahren wir zur nächsten Kiste einfach? Zur nächsten Kiste. Okay. Aber neben uns ist ein Schiff. Zwei. Hier ist blau. Wollen wir die nochmal versenken? Ja, ich bin bei Mermeds und ich komm. Hier ist ein Router-Boot von... Von uns vermutlich, weil wir untergang sind. Okay, es wird noch... Okay, es wird noch ein heftiger Endkampf geben jetzt hier. Hier wird der Sieg entschieden jetzt. Oh, was? Überall sind Kettenschüsse drin? Ich hab nie welcher reingelangen. Das machst du bitte. Ich glaub, das war ich, wenn man noch in der Auswahl fällt. Oh mein Gott. Gut, weiter. Einfach Punkte farmen, ne? Ja, weiter, 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 weiter. Die treffen alle zu schlecht. Und jetzt links. Links, 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 links. Links, links, ich brauche einen neuen Kanon. Ich brauche nicht. Die haben uns eine Maske getroffen, aber das ist gut für uns. Gut für uns? Ja, weil wir so immer treffen können. Die auch, wir müssen auf Kanonenhöhe machen. Aber die machen das auch. Die wissen, was die tun. Ich eime bei uns. Oh mein Gott, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Aber ich auch. Oh nein, das ist unser Ende. Okay, das war es jetzt. Scheiße. Oh nein, das ist unser Ende. Wir laufen safe voll. Ja, ich sehe schon. Wir waren schon fast umgegangen. Oh nein, ey. Oh Mist. Ey, aber was eine spannende Runde. Die war schon gut. Alter, ja, wir sind komplett back. Mist, 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 Mist. Ey, es ist aber wild. Es hat richtig Spaß gemacht. So, liebe Leute. Ich habe völlig vergessen, der Abwand für das Video zu machen. LOL. Auf jeden Fall. Ich feiere COC sehr, wie ihr gemerkt habt. Jetzt die Frage, was sagt ihr? Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann schreibt mir mit rein, ob ihr noch eins nehmen wollt. Von Arena oder vom COCs generell. Das war es erstmal für heute. Und ja, wenn ihr Bock habt, seid gerne in zwei Tagen wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich bin noch nicht Attila, aber ich habe schon viel von Attila gelernt. Ja. Guck dir das an. Was? Casual Skin? Ich einmal. Wie cool. Das ändert sich sogar. Ich habe Angst vor dem. Ich habe sie an. Ich habe sie einen kr�gbooks ker LMisine allein. Wie cool. Und wenn du dich ganz ohne, da versuchtert hast du dich entlang.